Hallo, ich bin Philipp und in diesem Video stelle ich dir den Median vor. Dabei zeige ich dir, wie du eine Datenreihe ordnen kannst und erkläre dir, wie du das Minimum, das Maximum und den Median daraus bestimmen kannst. Lass uns mit einer Geschichte in dieses Thema starten. Wir befinden uns auf einem Flohmarkt. Dort treffen wir auf eine Gruppe von Kindern, die ihre alten Spielsachen verkaufen. Am Ende des Tages wollen die Kinder ihre Einnahmen vergleichen. Deshalb hat jedes Kind all seine Einnahmen summiert. Damit wir einen besseren Überblick über die Werte bekommen, sammeln wir diese zunächst gemeinsam in einer Liste. Im nächsten Schritt ordnen wir die Einnahmen der Höhe nach. Erkennst du den niedrigsten Wert? Richtig! Paula hat 26 Euro eingenommen. Die nächst höhere Einnahme hat Toni mit 29 Euro erzielt. Danach kommen Arin mit 30 Euro, Kim mit 32 Euro, Esra mit 34 Euro und Jona mit 35 Euro. Am meisten eingenommen hat Romy mit 40 Euro. Die Daten sind jetzt geordnet. Deshalb bezeichnen wir diese Liste als geordnete Datenreihe. In der geordneten Datenreihe findest du den kleinsten Wert ganz links und den größten Wert ganz rechts. Den kleinsten Wert der geordneten Datenreihe nennen wir Minimum. Es beträgt 26 Euro. Den größten Wert der geordneten Datenreihe nennen wir Maximum. Es beträgt 40 Euro. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte der geordneten Datenreihe liegt. Er wird auch Zentralwert genannt. In unserem Fall beträgt der Median 32 Euro. Eines der Kinder, nämlich Kim, hat genau 32 Euro eingenommen. Bei genauer Betrachtung erkennst du, dass drei Kinder weniger als Kim eingenommen haben und drei Kinder mehr als Kim eingenommen haben. Wir wissen außerdem, jedes Kind hat mindestens 26 Euro und höchstens 40 Euro eingenommen. Lass mich kurz wiederholen, was du in diesem Video gelernt hast. Du weißt nun, wie Daten gesammelt und geordnet werden. Und du darauf das Minimum, das Maximum und den Median bestimmen kannst. Im nächsten Video treffen wir die sieben Kinder wieder. Dazu kommt dann Mika, die 94 Euro eingenommen hat, da sie ein Fahrrad und weitere teure Spielsachen verkaufen konnte. Du wirst sehen, wie du den Median dieser acht Einnahmen bestimmen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und vielen Dank fürs Zusehen.